Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist jetzt ziemlich genau zwei Monate her, dass ich mir die Anker Solex Solarbank 2 Pro installiert habe. Ihr wisst ja, ich habe ziemlich viel Speicher, nämlich ganze 8 kWh. Das heißt einmal die Solarbank 2 Pro plus vier Erweiterungsbatterien. Ja, und das für ein Balkonkraftwerk ist ein bisschen viel, aber für mich ist es eigentlich ziemlich optimal. Und dazu habe ich ja vier Module A 445 Watt, mache zusammen 1780 Watt Peak. Bei mir auf der Garage installiert. Ja, und das ganze System, das läuft jetzt seit zwei Monaten, Juli und August. Im Juli ohne Smart Meter und den ganzen August dann mit Smart Meter. Ja, und da wird es jetzt mal Zeit auf die Werte zu gucken. Was hat die Anlage eigentlich geliefert? Vor allem auch, wie ist der Unterschied Smart Meter, nicht Smart Meter? Gerade auch in puncto Eigenverbrauch. Bin ich damit zufrieden? Wie ist die Ertragslage? Was habe ich an Geld gespart? All das sind Fragen, die natürlich unheimlich interessant sind. Deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Warum ist überhaupt so ein Balkonkraftwerk mit so einem großen Speicher ideal für mich? Ich muss dazu sagen, ich habe eine ältere Bestandsanlage, die ist aber relativ klein. Das sind 3,6 kW Peak. Und die wollte ich eigentlich immer schon erweitern. Ich habe ja noch ein Garagenflachdach gehabt. Da passen vielleicht 2,5, maximal 3 kW Peak noch drauf. Also wahrscheinlich eher 2,5. Und hatte mir Angebote eingeholt. Und die lagen halt alle mit Speicher, also winzigen Speicher von 3,5 kWh, bei um die 20.000 Euro Kosten bei einem normalen Solateur. Ja, Leute, dass sich das natürlich nicht lohnt, war für mich natürlich völlig klar. Und dann habe ich das Anker Solix Solarbank 2 Pro System gesehen. Für ein Zehntel der Kosten und dann vor allem speichermäßig ausbaufähig bis 9,6 kWh. Ja, dass das natürlich dann für mich eine interessante Lösung ist, das ist ja wohl klar. Und warum habe ich jetzt 8 kWh? Nun ja, also die Bestandsanlage liefert bei mir natürlich tagsüber eigentlich allen Strom, den ich verbrauche, zumindest in den Sommermonaten. Nur eben nachts nicht. Da brauchte ich natürlich einen Speicher. Also will ich eigentlich tagsüber so gut wie keinen Strom irgendwie ins Haus einspeisen. Oder wenn überhaupt dann nur den, den das Haus zusätzlich braucht zu dem, was meine Bestandsanlage sowieso schon liefert. Also im Juli, August bei gutem Sonnenstand, da schafft meine Anlage ja zu Spitzenzeiten locker die 2,5 kW, also 2500 Watt über mehrere Stunden. Das heißt, ich brauche nicht noch zusätzlich 800 Watt von irgendeinem Balkonkraftwerk. Was ich aber gut gebrauchen kann, ist diese Leistung in einen Akku zu speichern, damit ich sie nachts verbrauchen kann. Außerdem gibt es bei mir noch den zweiten Fall. Ich habe auch zwei E-Autos. Das heißt, die lade ich natürlich auch ab und zu mal zu Hause. Und das mache ich dann möglichst langsam, also sagen wir mal 3,7 kW. Und diese 2,5 kW, die meine Bestandsanlage liefert, die könnte ich dann natürlich dann, wenn ich mein Auto lade, locker mit 800 Watt von einem Balkonkraftwerk ergänzen, sodass ich dann im Prinzip fast die gesamte Ladeleistung des E-Autos von der Sonne bekomme. Ja, also einerseits möchte ich natürlich tagsüber aus dem Balkonkraftwerk möglichst so gut wie nichts ins Haus einspeisen, geschweige denn ins Netz, sondern alles in die Akkus. Und andererseits möchte ich meine Akkus möglichst nachts, natürlich so vollständig wie es geht, entleeren. Das heißt, meine ganzen Verbraucher, wenn es irgendwie geht, werde ich dann in die Nachtstunden legen, zumindest die, die nicht mehr als 800 Watt ziehen. So, und da ist natürlich die Solarbank 2 Pro von Anker für mich ein super interessantes System. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Anlage im Juli und August bei mir so geliefert hat. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich habe ja schon mehrere Videos gemacht. Im Juli, also ich glaube sogar Ende Juni, habe ich die Anlage installiert. Also der ganze Juli ist durchgelaufen. Am 31. Juli wurde dann das Smartmeter vom Elektriker installiert. Und wenn ihr ein Smartmeter installiert, bei euch im Zählerschrank, sollte das auch unbedingt ein Elektriker machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Anlage so geliefert hat. Dazu müssen wir natürlich die Anker-App öffnen. Und ich starte mal kurz die Bildschirmaufnahme. Das heißt, wir fangen mal mit dem Juli an. Wir sind also im Monat Juli. Und da sehen wir beim Solarertrag, dass wir insgesamt 190 Kilowattstunden erzeugt haben. Der Juli war ein ganz guter Monat. Es hat sehr oft die Sonne geschienen. Also super. Und hier ist die gesamte Energie, die erzeugt wurde. Und ich kann sogar in der App zwischen den vier verschiedenen PV-Modulen hin- und herschalten. Ich habe ja vier Stück, aber 445 Watt. Wenn ich das mal mache, dann gibt es da leichte Unterschiede. Aber so richtig signifikant sind sie nicht. Was eben bedeutet, dass es da kein Problem mit Verschattung oder so gibt bei irgendeinem Modul. Die sind bei mir übrigens alle gleich ausgerichtet, nämlich nach Südosten. So, 190 Kilowattstunden haben wir also erzeugt. Und jetzt gucken wir uns mal den Hausverbrauch an. 166 Kilowattstunden davon ging also ins Haus. Wenn man mal runterscrollt, dann sieht man hier vom Speicher kamen 87 Kilowattstunden. Das waren 52 Prozent. Direkt von den Panels kamen 76 Kilowattstunden. Das sind 46 Prozent. So, und diese 1,2 Prozent von Grid, 2 Kilowattstunden, das kommt daher, weil ja am 31.07. das Smartmeter installiert wurde. Also diese 2 Kilowattstunden, das ist genau der 31.07. Das kann man hier jetzt erstmal vernachlässigen. Das war das Haus. Jetzt gucken wir uns mal den Akku an. Wir sehen also im Juli 87 Kilowattstunden sind vom Akku ins Haus gegangen. Relativ konstant jeden Tag, mehr oder weniger die gleiche Menge. Und aufgeladen wurden 113 Kilowattstunden. Wir sehen also, es gibt da so ein bisschen Verluste. So, und im Grid ist klar, da sehen wir nur den einen Tag, nämlich den 31.07. Das können wir jetzt hier vernachlässigen. So, jetzt gehen wir mal auf den August. Im August sehen wir, dass da gerade beim Solarertrag doch viel größere Schwankungen stattgefunden haben als im Juli. Der August war einfach nicht so ein schöner Monat. Das Wetter war relativ durchwachsen. Ab und zu gab es strahlende Sonnenschein. Ab und zu gab es Wolken oder Regen. Das heißt, 173 Kilowattstunden haben wir erzeugt und das relativ schwankend. Und die einzelnen PV-Module, die schwanken hier sogar noch weniger, weil es eben mehr oder weniger öfter bewölkt war. So, und jetzt gehen wir mal zum Hausverbrauch. Und jetzt sehen wir, dass wir 221 Kilowattstunden zu Hause eingesetzt haben. Und wir sehen auch, dass die Leistung relativ schwankend ist mit sehr vielen Spitzen. Und zwar sind diese Spitzen genau immer dann, wenn ich mein E-Auto geladen habe. Das habe ich nämlich im Juli gar nicht gemacht. Da habe ich immer extern geladen. Aber im August, wo doch die Sonne dann schien und ich meinen Smart Meter hatte, habe ich dann das Auto zu Hause angeschlossen an die Wallbox mit 3,7 kW. Und da sehen wir eben Spitzen, die ins Haus gegangen sind. Nämlich zum Beispiel 13 Kilowattstunden, dann 12 Kilowattstunden, nochmal 12 Kilowattstunden und so weiter und so weiter. So, und die Analyse der Energiequellen, die zeigt jetzt ein Bild. Das ist doch relativ ernüchternd. Wir haben nämlich 50% aus dem Speicher. 13% kamen dann direkt mal von den Solarpanels. Aber 36% musste ich aus dem Netz ziehen. Ist ganz klar, wenn ich natürlich Spitzenverbräuche habe durch E-Auto laden, dann schafft das die Bestandsanlage nicht. Dann schafft das auch zusätzlich die Solarbank 2 Pro nicht. Dann muss ich natürlich ein bisschen mehr aus dem Netz ziehen. So, gehen wir mal zu den Akkus. Da hatten wir ja den Juli 87 Kilowattstunden und den August, da haben wir 112 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben mehr in die Akkus gespeichert und vor allem auch mehr rausgeholt. Nämlich 112 Kilowattstunden. Das haben wir entladen und aufgeladen haben wir 137 Kilowattstunden. Also ein bisschen Verlust. Jetzt kommen wir nochmal zum Netz, nämlich Netz im August. Netzdaten, 79 Kilowattstunden insgesamt haben wir im August aus dem Netz gezogen. Wir haben 79 importiert und 5 haben wir exportiert. Das heißt, vom gesamten Balkonkraftwerk, sprich also von den Solarpanels, wurden im Monat August ganze 5 Kilowattstunden ins Netz eingespeist, die ich eben nicht selbst verbraucht habe. Und genau so will ich das haben. Ich möchte nämlich so gut wie nichts ins Netz einspeisen, damit ich auch die Förderung nicht verfälsche. Dazu sage ich gleich auch noch ein paar Worte. Und alles möchte ich in die Akkus tun und dann am Ende selbst verbrauchen. Und genau das, das ist mir hier gelungen im August. Auch wenn jetzt hier die Eigenverbrauchsquote beim Haus nicht so berauschend ist, mit 36% Netzbezug, liegt aber eben daran, an den Ladevorgängen des E-Autos, wenn die nicht gewesen wären, dann würde ich mal sagen, dann läge der Netzbezug höchstens bei der Hälfte. So, was haben wir jetzt gespart in den beiden Monaten? Wir haben 137 Euro gespart, also eingenommen in Anführungsstrichen. Das ist natürlich nicht wahr. Wir haben es nicht eingenommen, sondern wir haben das Geld einfach nicht ausgegeben für Strom. Denn bei mir kostet der Strom 33 Cent die Kilowattstunde. Und die haben wir halt nicht gekauft, sondern wir haben sie selbst erzeugt. Also 137 Euro in den beiden Monaten Juli und August, was mehr oder weniger die beiden ertragsreichsten Monate des Jahres sind. Wobei der Mai zählt natürlich auch noch dazu und der Juni auch noch, je nachdem wie da die Wetterverhältnisse sind. Ich wollte euch ja noch was dazu sagen zu der Altanlage und jetzt einem zusätzlichen Balkonkraftwerk. Es ist natürlich so, dass man das Balkonkraftwerk dem Netzbetreiber bekannt geben muss. Also man muss dort Bescheid sagen, dass man eins hat. Und in der Regel, wenn der Netzbetreiber so kulant ist wie meiner, dann wird dieses Balkonkraftwerk aus der Bestandsanlage herausgerechnet. Wobei ich jetzt hier natürlich ein bisschen gearscht bin, weil wenn ich jetzt 800 Watt angebe, ich speise aber so gut wie nichts ein, verliere ich natürlich ein bisschen was von meiner Förderung. Ja, das ist natürlich schade, aber irgendein Tod muss man halt sterben. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich mache hier Gerilla PV und sage niemandem Bescheid. Das würde ich euch aber nicht empfehlen. Also wenn ich das mal überschlage, dann würde ich sagen, so im Groben werde ich mit der Anlage so 350 bis 400 Euro im Jahr einsparen. Ihr könnt ja auch mit einem Akkumodul anfangen, Solarbank 2 Pro, einfach 1,6 Kilowattstunden nehmen und dann habt ihr die geringsten Kosten und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann natürlich mit Erweiterungsbatterien aufrüsten. Also Fazit für mich, das System ist ideal für mich. Es ist genau das, was ich möchte und auch das mit dem Smart Meter ist genau so, wie ich es haben möchte, nämlich dass es nur aus dem Akku gezogen wird, wenn das Haus die Leistung anfordert und sonst nichts ins Netz geht. Ja, und dann habt ihr oft gefragt, ja, kann denn diese Anlage nur das Anker Smart Meter verwenden oder kann ich auch Shelleys verwenden? Bisher gab es dann noch nicht die Lösung. Jetzt hat aber Anker vor ungefähr einer Woche oder anderthalb Wochen ein App-Update rausgebracht. Und mit diesem App-Update, da werden jetzt Shelly Smart Meter unterstützt, nämlich Shelly 3M und Shelly Pro 3M. Das heißt, auch da müsst ihr nicht unbedingt das Anker Smart Meter nehmen, sondern könnt auch was von Shelly nehmen. Also eigentlich genau das, wonach viele Leute gesucht haben. Ja, wenn ihr mich fragt, das System wird immer besser und für mich ist es wirklich ideal und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Läuft bis jetzt auch seit zwei Monaten völlig störungsfrei. Dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zu dem System habt oder Fragen zu meiner Anlage. Schreibt mir auch gerne, was ihr jetzt von dem ganzen System haltet. Wäre das was für euch oder bevorzugt ihr doch irgendwie eine Eigenbaulösung? Dann würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.